Dieses Frühjahr hat der gefährlichste Kriminelle der Welt viel gemeinsam mit dem berühmtesten Frosch der Welt. Es ist nicht leicht, böse zu sein. Konstantin, der gefährlichste Frosch der Welt, ist ausgebrochen. Sieh mir das rein. Oh, das ist ja Kermit. Was hast du mit Kermit gemacht? Das ist ein Irrtum, ich bin Kermit der Frosch. Was soll das? Ich bin nicht Konstantin. Du bleibst hier für eine Weile. Findet ihr nicht, dass sich Kermit in letzter Zeit komisch verhält? Hallo, ich bin's, Kermit der Frosch. Ich bin's, Kermit der Frosch. Geht's noch? Was ist das? Ein Spielzeug? Das ist mein Auto. Mittlerweile wegen seiner immensen Größe verboten. Und ich habe eine größere Marke. Das ist meine Reisemarke. Hier ist meine richtige Marke. Sie haben sicher die falsche Marke gesehen. Mein Name wird in Geschichte eingehen, als der des größten Diebs aller Zeiten. Du meinst unseren Namen, oder? Natürlich. Mein Name zuerst? Dann lehrt das, lehrt das, lehrt das dein Name. Auf nach London! Madrid. Dublin. Berlin. Die Welthauptstadt der Comedy, Berlin. Ich bin ein Berliner. Wohl eher, ich bin ein Wiener. Halt's bloß auf, Freundchen! Dominic, internationaler Tourmanager. Dominic Fieslinger? Fieslinger ist französisch. Ah! Französisch. Nur einer auf der Welt kann uns retten. Nur ein Frosch kann die Ordnung wiederherstellen. Lasst uns hier abhauen! Für Gerechtigkeit sorgen. Und alles einrenken. Kermit, du warst ja der reinste James Bond da draußen. Danke, Fossi. Keinem einzigen ist aufgefallen, dass ich durch ein böses, verbrecherisches Superhirn ersetzt wurde? Das klingt schlimmer als es war. Ich bin Kermit. Nein, es ist so schlimm, wie es klingt.